Hier ist Barton. Ich bin unter der Botschaft. Oh oh. Unerlaubter Eindringling. Ich glaube, das war der letzte Güter. Und was jetzt? Gehen wir einfach rein? Ja, bringt mir noch was zum Zertrümmern. Ihr magt es, latverianischen Burgen zu betreten. Ist sie das? Ja. Und ihre Macht kommt mir nie erst gleich. Du hast sie in Besitz genommen. Wie kannst du dir nur anmaßen, eine Waffe Asgard zu tragen? Du willst sie zurück? Komm und hol sie dir. Neuer Schlachtplan, Avengers. Dooms Kräfte springen die Skala. Daneben. Falcon. Schon unterwegs. Hat er das gemacht? Das ist ein Tordring. Welchen Zauber könnte dieser sterbliche Tyrann besitzen? Das ist kein Zaubertor. Er hat sie mit Doom-Technik modifiziert. Modifiziert oder nicht? Ihr wahres Ziel bleibt bestehen. Was tut es in der Tat? 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 Vielen Dank.